hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge ls 19 meets reality real farming so ich habe jetzt hier schon den traktor vom lohnunternehmen gekriegt und fangen jetzt an das stroh abzufahren das stroh können wir ja auch verkaufen das kaufen sie uns für 150 pro 1000 liter ab das war immerhin was besser wie nix und vor allem ist ein zusatz gewinn zum feldertrag wenn euch das projekt gefällt dann lasst gerne ein like abo oder einen kommentar da und schaut gerne auch mal in die playlist rein das geld was wir haben gehört leider nicht uns das gehört eigentlich dem sepp das ist sein holz was wir in der letzten folge abgefahren haben das muss ich dann halt mit ihm noch verrechnen sobald er wieder aus dem urlaub zurück ist ich denke das kriegt man dann hin habe mir notiert wie viel das war ich bin mal gespannt was wir hier jetzt an dem feld noch verdienen okay das ist gerade erst in die nächste wachstumsphase gekommen hoffe ich hoffe mal dass das jetzt nicht vergammelt ich denke im lu haben wir wirklich einen guten deal dass wir für die fahrzeuge alles nichts bezahlen und sie aber auch uns nicht bezahlen müssen so umgeben wir auch ein bisschen die steuer fällt mir gerade ein ist auch gar nicht so schlecht ach das ist ja interessant warum gibt mir kein strom mehr volker waruner hier hallo hallo hier ist der reinhard hallo ja ich teste zurzeit ein bisschen mit dem klingelt hin ich wollte nur mal fragen ob sie die baugenehmigung für die straße auch haben ja natürlich der bauhof hat die ja eingeholt immer so ist mir nur so aufgefallen einfach nur eine rotelle ok passt ist dann sie haben gerade stroh habe ich recht oder ach sie stehen da vorne hier ja die das was ich stehen gelassen habe das mache ich danach noch ein bisschen also sie fahren streche oder was haben sie dafür überhaupt einen führerschein natürlich ich bin bei der EU angestellt es ist nur komisch dass sie nicht so viel stroh liegen lassen das liegt daran dass das schneidwerk klein ist und je kleiner das schneidwerk kriegst du die weniger dick ist die schwarze nein sie haben ok ich habe hier ok ne gut passt alles gut alles gut das ist irgendwie ein technisches problem ok gut bis dann tschüss hallo hallo jürgen du hoi hat dich der reinhard auch gefragt wegen der baugenehmigung für die straße nö gut falls er gleich anruft du hast ihn natürlich gehabt oder hat sich doch auch ok er eben aber der hat mich jetzt gerade angerufen und gefragt gab es überhaupt eine baugenehmigung ja klar der kommt ja aus dem urlaub und macht stunk wie kann wenn bürgermeister im urlaub ist stellvertretender hast du doch mit dem geklärt nö die straße habe ich jetzt nicht geklärt ich dachte die straße du bist bauhof du hast das schon das alles genehmigt aber nur dass wir uns da jetzt nicht widersprechen wenn er dich auch noch fragt weißt du naja wir hatten die naja eben gut ich hab das ausgefüllt alles ja dann ist ja alles im grünen bereich außerdem ist das ja unser unsere felder also deine ja da hat er nichts mit zu mengen äh außer das kleine stückchen da aber soll er meinen ja ja kleine stückchen da ist ein bisschen kies drüber geschützt worden ja ich weiß nicht weißt du weißt du der kommt aus dem urlaub und dann denkt er er kann hier den dicken larry raushängen ey was der jetzt an steuern erhoben hat das geht auf keine kuhhaut was hat denn an steuern erhoben na der wollte 46.800 von mir für den china import 180 prozent 180 prozent importsteuer wollte der haben für den china teil für den anhänger da ja alter hab ich gesagt davon weiß ich nix äh er soll es mal beim hans peter probieren beim hans peter hat er gesagt entweder du zahlst es oder ich lass dich nicht aus dem gefängnis ja dann hat er natürlich bezahlt alter der ist richtig richtig mafios was der hier gerade abzieht guten tag hallo ja also ich weiß auch nicht vielleicht müssen wir da mal den müssen wir mal ein bisschen im auge behalten und vor allem dass er jetzt auch äh für wasser steuer verlangt und so ein kram für was ja für wasser für tausend liter wasser musst du 100 euro zahlen hat der einen schatten oder was ja ich bin mir nicht sicher dann ist der bauhof pleite ja was denkst du was ist aber der ist dann pleite ey wenn ich den betonmischer äh den betonkrommel da voll mach mit äh zement was meinst du was da an wasser reingeht noch ja was meinst du was das lohnunternehmen machen muss die brauchen ja wasser wasser für alles mögliche zur herstellung ja den werde ich ein vogel zeigen ja nett mit mir na jo gut äh guck mal gell ja ja also vielleicht müssen wir den mal ein bisschen auf den boden der tatsachen zurückholen und bis dann erstmal gell jo ciao ja hallo hallo hier ist Herr Neumann hallo Herr Neumann ähm alter Müller wo soll denn das Stroh hin äh mhm hm gel da ist so ein da ist so ein da ist so ein da steht so ein Schild da steht Stroh drauf äh bei Mischrutterherstellung ah ja gut dann bin ich richtig gut ich kippe mal den ersten Anhänger rein ne ja mhm gut bis dann bis dann tschüss Tschüss. So, 56,5. Muss ich mir auch notieren. Gut. Das ist ein Achtel fast. Also 56 geteilt durch 8. 7,7 glaube ich. 7.000 für einen Transport. Ist okay. Ah, die Fendt hier. Er zieht auch nicht mal das Dicke vom Brot. So. Wo der Thrasher fahren gelernt hat, das möchte ich gerne mal wissen. Guck mal, guck mal hier. Okay. Ich weiß noch nicht, was wir mit dem Bürgermeister machen. Aber so, wie der sich gerade aufführt, geht es glaube ich nicht so lange. So, der Neumann steht nur rum und guckt. Das finde ich ja interessant. So, weil der alle, alle Leute eingespannt, die er hat. Aber der ist gut, dann ist das Feld hier gleich mal fertig. Der Landhandel kriegt dann wenigstens mal ein bisschen Kohle, ein bisschen Produktion am Start und ich ein bisschen Kohle. Ich weiß gar nicht, hätte der das, den Raps bezahlen? Was ist denn heute los? Was macht denn der? Naja. Na gut, wenn ich nochmal so eine Ladung vollkriegen würde. Ja, optimal. Dann wird mal 14.000 allein vom Stroh verdienen. Und, wenn ich noch mal diese Flipothäck habe, auf dem Wasserbe Богstента dann wird das Feld und es ist wie eine Ladung vollkriegen. Das ist richtig. Jetzt wird das Feld Das kommt mal ein bisschen auch ein bisschen , dasllo ist ja ich kann mal rüber hier so reinhard ja alles gut was denn ich mach mal kurz maschine aus das wäre gut alles gut bei mir schon gut so manchmal hat das teil voll irgendwie seine servolenkung war ein bisschen außer aussitzer hat das ist der teil wie schaut es denn aus was war was war denn die ernte warte mal abtanken dann kannst du sagen ja ich komme gerade achten pass auf der der heizte manchmal übers feld das glauben sie nach naja 9 reinhard da ich erinnere mich vorhin an den landhandel da dachte ich mir pfeiften schwein ich finde es immer schön zu sehen das macht mir so viel spaß beim zuschauen übrigens wussten sie den Herr Müller den kenne ich aus einer Stadt vorher kenne ich den ok also es sind 23.601 Liter warte mal ich frage nochmal den Neumann ob der Anhänger schon mal gewehrt wurde 23.000 wieviel 23.601 Liter also Herr Neumann ja wurde der Anhänger schon mal gewehrt ich höre dich kaum gehen mal aus dem Wurde der Anhänger schon mal gewehrt nein Herr Neumann ja ich würde ihn dann für nächstes mal eine Rechnung fertig machen und dann zukommen lassen weil das Stroh fehlt ja noch dafür das Stroh und den Weizen ich habe das schon so sind sie fertig mit dem Stroh ne eben darum würde ich nächstes mal eine Rechnung fertig machen ich muss mal kurz telefonieren achso doch sie wissen ja den Preis ich weiß den Preis beziehungsweise den Weizenpreis müssen wir nochmal abklären aber Stroh wissen sie ja gar nicht wieviel ich liefere mit dem Weizen kümmere ich mich sofort drum und mit dem Stroh schauen wir nochmal genau das machen wir dann später muss erst mal frühstücken Guten Tag gut bis dann ciao Guten Tag so liebe Leute wenn es euch gefallen hat das gerne Like Abo oder Kommentar da ich werde jetzt hier gerade mal nochmal in den Traktor springen und dann in der nächsten Folge geht es hier weiter vielen dank fürs Zuschauen wenn es euch gefallen hat gerne Like Abo oder Kommentar haut rein machts gut ciao